Und herzlich willkommen zu Call of Juarez-Ganzlinge mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir müssen uns durch den Sumpf kämpfen. Und hier sind vorn in diese Richtung. Wie bitte? Der schnarcht! Jetzt wach! Na gut. Das ist gemein. Oh! Was, Indianer? Was, Indianer? Was, Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. Genau. Ja, ja. So was ihr die Augen ausbringt. Hat mein Opa auch immer gesagt. The Daltons. Da geht's weiter. Wie man sieht. Ich denk mal. Das sind so viele Fässer. Ich denk mal hier lang. Also Dwight passt auf. Und der Steve, der etwas ältere, war wohl ein wenig müde. Und findet die Geschichte wohl nicht so interessant. Was ist denn das hier, Mensch? So. Mit Bequem sitzen. Pst. Ich hab da was gehört. Ja, keine Chance. Ich hab nix mehr gesehen. Das kommt dann immer ein bisschen überraschend. Für mich. Stop that, so man! Oh, da wechselt die Richtung. Wechselgeschoss. Also die zu drückenden Tasten sind nicht immer gleich. Jetzt pass ab. Hast du niemals die verdammten Daltons gefunden? Nicht yet. Aber ich fand ein paar von ihren Kousinen. Die Kansans bräuchten wie Räume. Noch mehr Smiths oder Heimhoffers oder wer weiß was. Aber hell. Was ist mehr wichtig als Familie? Ich glaube, Ben weiß, was ich spreche. Jetzt reicht's. Hör auf mit dem Scheiß. Fange ich auch damit an? Das kann ich nämlich auch. Aber man sieht das immer so schlecht. Ich schieße immer auf das rote Ding und dann hampelt das Teil da unten irgendwo weiter unten drunter. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Hab ich mir schon fast gedacht. Ist er weg? Ich bin jetzt mal ein bisschen schneller vorwärts gegangen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ah, ich hab dich gesehen. Da ist noch einer. Kopfschuss durch den Stein. Da war. Also genau wie bei Kimmel und Korn muss man hier schon zielen. Nicht müsste, sondern muss. Oh. Dann bleibst du stehen. Oh, das hat funktioniert. Das ist noch einer. So. Ich soll die Banditen auf dem... Da bin ich doch gerade. Ich fähre den so um. Gehen wir mal von der Seite. Oh, endlich mal wieder fällen. Da ist aber gar nichts, was ich gebrauchen kann. Und? Aber das konnte ich gebrauchen. So ein bisschen rauslehnen fehlt hier. Dann wär's perfekt. Ich geh mal wieder runter. Oben seh ich sowieso nix. Obwohl, da. Der war ja gar nichts zu erkennen. Da hinten. Ich bin in dir. Ich bin in dir. Okay. Das hört sich wieder an das um. Wo ist denn der? Da muss ich lang. Oh, noch so ein schönes Bild. Der hat sich selbst beerdigt. Ich hoffe, ich schmatze nicht. Ein Dampfschiff? Ja, Steve, aber das war nicht viel mehr als ein Rack, wirklich. Aber wie hat ein verdammt Steamboot endet in den Wäldern? Ich glaube, es flogging während der Flüge von 89. Jetzt war es ein Sternweiler oder ein Sideweiler? Was das wirklich macht eine Unterschiede, Steve? Es war ein verdammt Steamboot, mit einem verdammten Arme auf dem Bord. Wozu? Wozu? Wozu soll ich meine schöne Konzentration verbrauchen? Burn, Baby! Ist Ruhe? Oh. Jetzt aber. Kommt noch einer. Ich glaube, ich lieb die Knarre. Könnte man glauben. Glauben. So, wie ich sie nutze. Da oben ist, glaube ich, noch ein Fass. Hier ist Muni. Ich nehme Magie. Der leuchtet Ruht auf, aber ich treffe ihn nicht. Guck hier. Jetzt treffe ich ihn. Nein. So, ist besser. Kann man besser visieren. Oh, die Schlösser können was ab. Oh, es ist doch Nebel und kalt und... Hier geht er. Hier geht er. Oh. Entschuldigung. Jetzt ist er ganz kopflos. Oh, 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 oh. Ähm. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Verstecken ist zwecklos. Tipps Gegner hinter... Tipps zu Gegnern hinter dir. Entdecke sogar Feinde außerhalb deines Sichtfeldes während der Konzentration zeigt. Ah, gut. In der Luft heilen. Na, machen wir das erstmal. Mal schauen, wie weit ich komme. Kann ich hier nicht mal in Ruhe nachladen? Hier schwimmt das Blut in der Luft. Da geht's zum... Maschinenraum. Wie zum Benutzen? Oh, was mache ich denn? Na, wartet ihr Schweine. Drei! Lass ihn noch mal jucken. Ach, hier oben bin ich. Das macht hier nix. Das macht hier was, ne? Gut. So. War ja nicht so sehr weit weg. Oh, nochmal U. Ah, das hat er jetzt noch gar nicht genommen gehabt. Na gut. Von wo? Da ist der Hund. Ist das der einzige hier? Ja. Hätte ich gar keine Chance gehabt. Was war das? Ah, hier kann ich eine andere Waffe nehmen. Mal nach oben. Nicht wieder ruckeln hier. Nimmt aber noch normal auf. Gut. Hätte ja auch mal das Spiel neu starten können, aber das wollte ich nicht. Sind wir gleich bei den Daltons. Sind hier immer noch wieder... Immer noch welche übrig. Weiß nicht, wie viele Brüder das waren. Der ist gut. Wo kam der denn her? Geh doch selbst rein. Was war das? Ich kann jetzt nicht lesen. Ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Wenn du mir fragst, dann ist es zu glücklich. Ich glaube, dass es nicht fliehen. Also, insofern... Don't be stupid, Steve. Sie wissen, was sie machen. Sie sagen, dass die Titanic ist ein bisschen zufrieden. Oh Gott. Aber zurück zu diesem Steambot. Wie kamst du aus dem Daltons? Oh. Mach euch alle, alle. Weil der ist schon tot. Ich weiß bloß nicht, da drüben ist irgendwo noch einer. Da. Ach, das geht auch. Gut. Oh, scheiße. Ich dachte, von der anderen Seite kommen noch welche. Falsch gedacht. Ach, du Scheiße. Oh, das war zu weit. Habe ich jetzt nicht verstanden. Hat der hintere mich als erstes angegriffen? Okay. Was ist das eigentliche Fummel? Halt! Bleib da drauf! Bleib drauf! Die Schweine, ne? Da hat mich der hintere... Okay. Auch erledigt. Mal schauen, was jetzt passiert. Episode 7. Wild. Bunk. Juarez. 1868. Es war 1868, und ich und meine älteren Brüder fielten ein Tidy-Profit, um in Juárez, Mexiko zu fahren. Eine Nacht, nachdem meine Brüder umgekehrt haben, habe ich ein kleines Poker-Games in einer Kantina mit ein paar Cowboys gefunden. Und ich konnte einfach nicht verlieren. Ich habe sogar eine alte Spanische Korn, die 100 Jahre alt war. Also, ich war sehr glücklich mit mir, am nächsten Morgen, als meine Brüder und ich fiel für Texas. Aber bevor wir die Grenze, die Cowboys mit uns verstanden haben. Es war Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, und ein weiterer Mann, Jim. Sie wollten ihre Geld zurück, und alles andere, die wir hatten, including unsere Leben, als die Jungen nicht wollen, wir kommen für sie später. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then, I swore to myself that I would avenge them. Ringo, you know about it. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the wild bunch. Mhm. Kein so großer Eisenbahnraub. Geht noch weiter. Aber ich denke mal in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.